Hey Leute, endlich sehen wir uns in Dominion und jetzt starten wir das Spiel hier in Dominion, Kristallnabel normal, Gruppe einladen, denn wir haben hier den Darius dabei. Ja. Ich hoffe es wird ein Lose. Ich hoffe es wird ein Lose, ich brauche meinen ersten Sicht des Tages. Ja, ich hoffe wir verlieren so richtig, ich hau es hoch. Und wieso, hoffst du das? So, ich bin ein Sadist. Du hoffst doch nur, dass die Aufnahme scheiße wird, dass ich öffentlich blamiert werde, deshalb willst du, dass ich jetzt verliere. Ja, da muss ich nicht viel machen. Stimmt, da muss eigentlich gar nichts machen, außer auf K gehen. Ja. Wenn wir dann gewinnen, dann habe ich dich so übelst gebetest. Da habe ich weniger. Ich habe schon viele Vier gegen Fünfer gewonnen in Dominion. Ich habe schon mal zwei gegen fünf gewonnen. Echt? Lass nichts zurück! Alter, ich habe ausgesehen aus Gewohnheit gerade auf Random gedrückt, gell? Und trotzdem den Olaf bekommen. Voll geil. Und hast schon einen neuen Champion für die nächste Runde. Achso, für die nächste Runde? Ne, die nächste Runde, also diese Runde mit Olaf. Also jetzt hier, wo wir aufnehmen, hat diese Runde eigentlich noch gar nicht angefangen. Also es ist noch kein einziges Olaf-Video raus. Für euch jetzt, Zuschauer, ist es natürlich jetzt schon das erste Dominion. Für uns hier beim Aufnehmen ist noch nicht ein, äh, ist noch ein, das erste, äh, 5-5-Klassik mit Olaf noch gar nicht draußen. Dass wir verloren haben, oder? Weiß ich nicht mehr, kann sein. Oh Gott. Doch, ich glaube, wir haben bis, ich glaube, ich habe bisher nur alle verloren, oder? Ja, weil du mit Olaf schlägt bist. Ja. Ja. Ja, da kommt die Einsicht. Ich habe mir unaufentlich gewünscht. Der Wunsch kam diesmal von jemandem, den ich gar nicht kenne, von irgendeinem Fan. Was ich aber auch cool finde. Ich meine, es ist der erste Wunsch von einem Fan und nicht von Regulat oder dir. Oder, dass ich mir selber einen aussuchen musste. Oh, und das Spiel geht übrigens los. Wir sehen uns dann gleich im Ladebildschirm. Und hier im Ladebildschirm, was Darius und mir bereits auch aufgefallen ist, haben wir in unserem Team zwei Goldspieler. Ich hoffe, die können echt gut spielen, denn ich würde gerne gewinnen. Ich würde gerne verlieren. Nein. Denn ich mag das, was Wunder nicht mag. Du brauchst doch gerne auch deinen ersten Sieg des Tages. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Du warst garantiert, du bist erst vor einer Stunde von der Arbeit hergekommen und bist genau dann on, als sie die vorherige Aufnahme angefangen haben. Vielleicht zocke ich in der Arbeit. Das glaube ich eher nicht, denn du hast garantiert keinen hauseigenen PC. Dein Laptop ist auch noch nicht mit auf der Arbeit. Darfst du wahrscheinlich sogar gar nicht. Nee, auf jeden Fall stelle ich jetzt mal unsere Regen hervor. Wir haben hier die Beta Feliana, Riven, Vandalen-Twitch, Timo und Zylian gegen Amumu, Darius als Chase, Sianivia, König Tründermeer und uns als verlassener Olaf. Ich schätze mal, Nivia geht bot. Warte, ich glaube von den Gegnern, von den Gegnern glaube ich, dass Timo, Timo oder Twitch bot geht. Die anderen top. Und bei uns glaube ich, dass entweder Tründermeer oder du, oder das wollen, dass du bot gehst. Ich glaube nicht, dass du Nivia bot gehen willst. Nivia geht bot. Nivia geht nicht bot. Naja. Ich gehe jetzt einfach mal da hin. Weil der, der Tründermeer, der steht schon unten. Ich sage doch, der Tründermeer von uns geht bot wahrscheinlich. Und ich wette, er trifft auf Twitch oder Timo. Ich glaube, ihr Timo. Ah, ich weiß nicht, es gibt doch Timo-Spieler, die Stür sagen, sie wollen nicht, Und deshalb könnte es sein, dass Twitch Bot geht. Aber ich habe auch schon Rivens oft Bot gesehen. Jana hingegen noch nie. Mit Silian glaube ich vielleicht ein oder zwei Mal. Nie, aber ich glaube, er trifft auf Twitch oder Timo. Je nachdem, ob Timo Bot will oder nicht. Die sind nicht im Spiel. Die sind nicht im Spiel, nein. Ich hoffe immer noch, dass ihr zurückkommt. Auf jeden Fall startet das Spiel jetzt. Müssen wir defensiv spielen. Ja. Aber Mumu holt sich den. Das heißt, wir zwei sind dann alleine Top erstmal. Ach, scheiße. Just don't die, das hoffe ich. Also ich laufe gleich in die Gegend rein, ich will ja verlieren. Hey, machst du nicht? Nein. Rivens Bot. Komm, bleiben wir weiter zurück. Lassen wir sie notfalls einnehmen. Weg von mir, oder? Jo, ich habe es gerade gesehen. Dadurch habe ich aber einen Angriff von Twitch kassiert. Hier, hol dir die Heilung. Nee, ich hab, oder? Okay, dann hab. Hol ich mir die Heilung. Scheiße, jetzt ist eine richtige Bombe. Was, Bot wird auch noch eingenommen? Scheiße. Könnte mir halt gegen Riven verkackt werden. Das geschafft. Scheiße. Bist. Habe ich sie eliminiert. Finde ich gut. So, ich bin jetzt endlich doch gestorben. Und der Mumu kann nicht gegen vier kämpfen. Ja. Ich kann nicht überall sein. Ich bin jetzt noch ein paar. Hm. So, Torne, bitte stirb nicht mehr. Er läuft nach oben. Klack, klack, klack. Wieso nach oben? Der Gegner wurde getötet. Weißt du was? Sobald wir den eingenommen haben, laufe ich dann runter. Bin ich halt Bot. So, zurückporten. Mal sehen. Na, für Ionische Stiefel der Deutlichkeit heißt es noch nicht. Mist, ich muss noch ein bisschen warten. So, jetzt. So. Ein Beschwörer zurück im Spiel. Oh, yeah. Ach, der bleibt auf Korb. Der muss wahrscheinlich erstmal einkaufen. Boah, verdammt. Boah, fuck, man. Verdammt. Wo ist mein Haus? Da ist mein... Scheiße. Komm schon, schon noch mehr. Den wirst du doch mal packen. Ja, Silian hat er noch erwischt. Die Bombe hat ihm keine Schade gemacht. Und jetzt ist er tot. So, ich mach's jetzt wieder so, dass ich mir... Ähm... Was kaufe. Oder? Nee, damit warte ich noch. Was? Bin unterwegs. Hinter dir ist Twitch. Warte, ich bleib hier im Schatten. Und dann sieht er mich nicht. Und versuche... Ja, bleib ruhig im Schatten, ey. Ich krepier hier. Ja, ich hab dein Leben nicht gesehen. Sorry. Das ist schon wieder keiner Bot von uns. Das ist schon wieder keiner Bot von uns. Ich halt Bot. Ja, gerade eben war Dianivier noch Bot. Ne, ich helfe jetzt erstmal schnell bei Prübiwitsch. Mach' einen KS, Alter. Alter, das war übelst professioneller Killsteam. Ich hab's gelernt. Ich lauf jetzt rauf. Jo, mach das. Ah, da ist die Biwitsch. Ja, ich komm dir hinterher. Scheiße, ich muss runter. Nein, warte, ich lauf dir hinterher, weil Dianivier hilft ihm. Alter, weh, du lässt dich töten. Ich doch nicht. Ich hör den Turm. Geh weg da. Äh, den Wirbel, genau. Ich hab den Wirbel gehört. Ich bin im Ort. Scheiße. Da kam Riefen. Mhm. Warum sind zwei Bot? Weiß ich nicht. Total geil. Oh, verdammt, da ist Twitch. Oida. Scheiße. Bin verreckt. I go Bot. Es ist nie einer Bot. Das kann's doch nicht sein. Jetzt gehen wir da an Bord und dann gehen wir halt nach oben. Twitch TV. Dianivier nimmt gerade auf. Echt jetzt. Und will Werbung machen. Das tun wir natürlich verpixeln, oder? Ich werde da nicht mehr dran denken, ganz ehrlich. Und selbst wenn, ich werde die Stelle wahrscheinlich nie mehr finden. Ich hab mal fast eine Stunde lang versucht, ein Nieser von mir bei Vampire Stormers, glaube ich, zu finden. Und ich hab ihn nicht gefunden. Ja, aber eigentlich ist es ja eine gute Idee. Theoretisch könnte ich hier auch in den Spielen Werbung machen. Aber will ich jetzt nicht. Manchmal, wenn's situationsbedingt ist, hab ich zwar schon gesagt, dass ich aufnehme und so, aber direkt irgendwie machen, tue ich in den Spielen eigentlich nicht. Ahaha. Mist, das hab ich dafür nur eine neutralisierte, unterstützte Naturalisation bekommen. Ich hab noch gekillt. So, und jetzt potte ich mich. Ich hol mir jetzt hier die Heilung, damit ich nicht sterbe, vom Gift her. Und dann potte ich mich zurück. Potte ich wieder. Eingenommen. Das gibt's noch nicht. Aber wieso lebt die wieder? Die hat wahrscheinlich Wiederbelebung. Nee, die ist hinter mir gekommen. Also die Armidie ist echt schlecht. Weiß ich nicht. Die verschafft es, äh, meinen Wunsch zu erfüllen. Und ich bin gestorben. Und Yannivir auch. Tunnel, er zieht sich zurück. Oh fuck, ich verregge. Verregst. Nein. Wo warst du denn? Rechts. Da wo Timo ist? Ja. Hätten Timo fast gekillt. Ah, du hast du fast, ja. Ich seh dich, äh, ich seh grad deine Leiche. Du stehst direkt neben Timo und Timo ist fast tot. Also du liegst besser gesagt. Was ist denn da bot los? Bot waren grad drei Gegner. Keine Ausrede. Kleine Ausrede, genau. Keine. Achso. Wir sind auch bloß zu zweit oben. Ja, es waren ja auch gerade. Wir sind mittlerweile wieder im Leben. Wir waren ja kurz vorher tot. Äh, wo sie jetzt sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind es mittlerweile nur noch zwei Bot. Da ist Twitch. Komm, tu was. Ich mach doch schon was. Nicht du. Achso. Dann geh ich zurück. So müssen wir es halten. Aber die Anivia ist trotzdem übel schlecht. Kannst den killen. Sauber. Er ist tot. Der hat nicht damit gerechnet, dass ich meine Axt schon voll geskillt habe und noch ihn werfe. Komm jetzt nach oben. So, ich glaube ich bleib da nochmal Bot, weil die Anivia geht schon wieder top. Jetzt haben wir vier Türme. Vielleicht wird das ja doch noch was. Dein Plan geht nicht auf, Darius. Egal. So, wie schaut es mal euch oben aus? Da ist Twitch. Scheiße, bin gestorben. Die zwei waren doch so viel. Ich hatte nicht mehr volles Leben. So. Mal schauen, ob wir die schlechten können. Tründomeer macht eine Kamikaze-Aktion. Sie war zwar erfolgreich, aber dennoch. So, also ihr seht, sei das die zweite Bot, dann gehe ich halt doch top. Der Tründomeer kommt auch Bot. Helfe ich lieber an Mumu oben. Oh, oh. Was, oh, oh. Geh drauf. Ist drauf. Nicht gut. Nein. Nein. Knapp. Was denn geht? Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Ach, da sind zwei bei uns. Ja. Ich versuche sie aufzuhalten, aber ich glaube, ich schaffe es nicht rechtzeitig. Nein. Komm nach Hunden, komm nach Hunden. Ich kill gerade Timo. Und jetzt hole ich mir die Jana. Dann tu das. Mach ich auch. Ah, ja, die kriegst du nicht. Nee, die ist aus irgendeinem Grund viel zu schnell. Hier hat er den Defensiv-Buff da. Den Geist oder was? Ja, dass sie schneller läuft. Ach so. Nee, so ein Defensiv-Buff ist das glaube ich. Oder ist... Keine Ahnung. Ist nur ein Aram. Ich glaube, der kommt von der Jana. So, also es ist... Dianivia ist Bot. Gehe ich top. Ich komme mal schnell bei dir vorbei. Aber ich finde das voll geil. Ich habe Timo gekillt und Diana auch noch, wenn sie nicht abkommt. Hinter dir ist Riffen. Gehe uns... Ich habe es gesehen. Gut. Einfach nur halten. Eigentlich schon, ja. Einfach nur halten. Amumu tankt. Tänkt das Ding. Aha. Scheiße, können die sterben. Die Riffen, die macht Schaden. Komm, ich kaufe mir jetzt die Leistung Wunder. Nein. Oh, das war eine knappe Sache. Ja, das war echt eine knappe Sache. Na ja, egal. Jetzt müssten wir eigentlich mal kurz Bot einnehmen. Das wäre es. Die fragen mich sowieso, warum wir da so dritt oben rumgurken. Ach so, die sind zu zweit unten. Ja. Da haben wir einen kleinen Boost. Finde ich super. Danke. Du hast den zwar nicht verdient. Egal. Weil du neben dir stehst. So, die haben sich glaube ich beide zurückgeportet. Ansonsten wären sie jetzt tot. Wenn sie sich jetzt anzeigen. So, der mehr wurde getötet. Wie schaut so ein Bot aus? Oh. Oh. Ich geh mal Bot. Okay, gehst du Bot. Dann bleib ich top. Da ist Timo. Das ist nicht gut. Ich glaube der Timo. Der will. Nein, da ist er. Fuck, 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 fuck. Scheiße. Diana, die heißt. Die wird so heilen. Das ist echt Hammer. Wow, shit. Der hat ja eine Bombe auf mich gelegt. Ich schätze mal, du warst bombenscharf, Darius. Oh, der war schlecht. Der war schlecht. Meinst du? Ja, der war schlecht. Ich fand ihn gut. Ne, mein Fehler gerade eben mit Amur, als wir zu zweit gegen drei gekämpft haben. Ich bin mit ihm zusammen auf Driffen gegangen. Ich hätte aber Timo und Yana killen müssen. Anibia hat Locker jetzt einnehmen können. Weiß ich nicht. War ich nicht aufgachtet. Ich war damit beschäftigt, Yana zu töten. Aber die kann echt Folge erheilen. Die hat meinen Schaden entgegengeheilt. Sie wäre zwar gestorben, wenn sie den Schild nicht gehabt hätte, aber... Tja. Just Death Villa. Boah, bist du das da unten? Ich bin da aus in der Mitte. Meine ich ja. Ich bin über dir. Also bist du unter mir. Also unten. Ich bin in der Mitte. Da kommt der Timo. Soll ich ihn jagen? Bin ihm mir nicht so ganz sicher. Ich schneide ihn am Weg ab. Ich gehe mal hier runter. Wow, hier ist der Bin. Verdammt. Bin des Todes. Bis des Todes. Ja, alter Timo macht schon. Der hält aber fast nichts aus. Der Gegnerrische Nexus ist nur noch zu 25% in Takt. Der Herz ist auch nötig. Oh, Ben. Oh, Ben. Oh, Ben. Oh, Ben. Oh, Ben. Oh, Ben. Ja, das hat er jetzt davon. Weil in der Base rumgammelt der Mumu. Ja, schon. Ich meine, Timo und Ring habe ich ja zu zweit schon fast alleine gekillt gehabt. Also wie sie beide zu zweit waren. Ach, jetzt hören wir eben. Boah, 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 boah. Ja, mhm. Und... Ich bin der Meinung, das hätte man locker geschafft, wenn Mumu gleich da gewesen wäre. Und wenn er nicht die Riven angreift, dann werden wir erst die anderen beiden angreifen. Erst Timo. Weil er glaubt, ich weiß nicht wieso, aber da bleibt er jedes Mal beim Angreifen stehen und hat nur seine Fähigkeiten raus. Und dann die Jana. Und dann die Jana, die hört zwar ab, aber die ist leicht einzuholen und so. Ja, das haben wir vorher gesehen, wo es der abgehauen ist. Ja. Ja, komm, da ist er dann in den Boost reingelaufen und so. Pass auf, Jana steht da im Busch. Ich höre den Tornado. Oh verdammt, ich kann noch nicht an ihn. Ich gehe da mal eben rein. Verdammt, den habe ich nicht gehört. Wo sind sie jetzt hin? Nach unten. Nach unten, okay. Timo kommt auch wieder. Ich schätze, ich weiß nicht, ob sie vielleicht nach links gehen. Hinter dir ist Timo. Killsteal. Wo ist der Mumu? Toll, der hilft uns natürlich nicht. Hahaha. Er hat zwar recht, man sollte eher am Turm kämpfen, aber zu Hilfe ein sollte man doch. Ich meine, wenn du angegriffen wirst, dann gehe ich dir natürlich zu Hilfe, oder? Ja, aber am Turm. Ein bisschen weiter unter dem Turm, aber auch am Turm. Alles relativ. Ach komm, ich gehe ihnen schnellen Bots helfen, gell? Okay, nehme ich halt den Turm ein. Kommt der Top klar? Nein. Dann komme ich jetzt nach dem Einnehmen wieder hoch. Und ich hoffe, Nivia nimmt in der Zeit, äh, Bot ein. Jetzt ist es vorbei. Hey. Wenn man so schön geschafft. Ja. Scheiße, scheiße, scheiße. Das war ich. Ah, er ist der Meinung, dass wir wegen dir verlieren. Was eigentlich dein Plan war. Ja, aber wir verlieren wirklich nur wegen Amumu. Erst wegen Anivia und dann wegen Amu. Ja, ich finde, wir hätten wegen Anivia nicht verloren. Weil sie ist ja zurückgekommen und ab da ging es ja wieder gut. Ich läuft gleich weiter. Auch wenn ich fast tot bin. Wir sind ja schon vorbei. Unten wird angenommen. Ja. Passport wird auch noch eingenommen. Na, klasse. Na gut, dann sehen wir uns gleich in der Zusammenfassung. So, also Darius, was meinst du, wer gehört jetzt reportet? Ähm, ich habe schon mal anivia für AFK reportet. Ich werde sie auch reporten. Allerdings nicht, weil sie AFK ist. Weil sie war ja wieder zurück. Sondern weil sie da an Werbung macht. Das gefällt mir nicht. Mal sehen, was man da machen könnte. Spamming. Spamming ist gut. Ähm, so. Und dann würde ich meinen, ich ehre dich bei unserem Team noch. Und bei den Gegnern ehre ich die Riven. Weil Timo und Jana, die waren echt sauschlecht. Ich meine, die haben zu zweit gegen mich gekämpft. Ich habe erst Timo gekillt und wenn die Jana nicht davon gelaufen wäre, hätte ich sie auch noch gekillt. Locker. Ja, wenn der Mumu jetzt in jeden Kampf mit reingestiegen wäre von Anfang an, dann wäre es ein Winn gewesen, finde ich. Ja, das finde ich aber auch. Der hat uns auf dem Stich gelassen und hatte dann selbst am Tower alleine keine Chance mehr. Also das hätte so klug hätte auch sein müssen, dass er alleine keine Chance mehr hätte, auch wenn er am Tower war. Aber die regen sich alle viel zu viel auf. Ja. Aber ich habe ihn jetzt mal nicht reportet, weil... Naja. Er hatte eigentlich recht, wir hätten dauernd am Tower kämpfen sollen. Ja. Egal. Du hast recht. Egal, jetzt ist es vorbei. Also dann bis zum nächsten Mal Leute. Ciao.